Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und damit willkommen zurück in der wunderbaren Welt des Coronavirus. Diese Woche war wieder einiges los, viele Nachrichten, wo ich mich mal wieder total drüber aufgeregt habe, aber mittlerweile wirklich versuche ruhig zu bleiben und gar nicht viel darauf zu geben. Ich versuche es zumindest auch, wenn es mich manchmal wirklich unglaublich nervt. Aber ich möchte gar nicht so viel reden, wir beginnen direkt mit dem ersten Artikel und der war vom SWR aktuell vom 10. Juli. Landeskassenarztchef fordert, Ungepiekste dürfen nicht mehr reisen. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung in Rheinland-Pfalz, Peter Heinz, fordert massive Freiheitseinschränkungen für Ungepiekste. Eine Allwunderheilmittelpflicht lehnt er ab. Die Nichtgepieksten haben nicht die Freiheit, ihre Maske abzulegen. Sie dürfen nicht ins Stadion, nicht ins Schwimmbad und nicht ohne Maske im Supermarkt einkaufen. Und man darf Ungepiekste und jenen mit nur einer einfachen Allwunderheilmittelverabreichung nicht mehr gestatten, in den Urlaub zu fahren, sagt Heinz der Rheinzeitung. Auch mit Negativtest kein Urlaub. Selbst mit einem negativen Test dürften Ungepiekste seiner Ansicht nach nicht in den Urlaub fahren. Das Freitesten schützt ja nicht. Wer zum Beispiel auf eine Insel mit einem negativen PCR-Test fährt, kann sich dort sehr wohl anstecken, fährt wieder nach Hause und ist Virusträger. Und dann hat er noch gesagt, ohne Allwunderheilmittel keine Freiheit. Wer Ungepieksten Freiheiten zurückgibt, verspielt die Chance, alle Menschen mit dem Allwunderheilmittel zu erreichen. So Heinz, man müsse den Menschen klar machen, ohne Allwunderheilmittel gibt es keine Freiheiten. Ohne diesen Druck werden wir die Menschen nicht überzeugen. Ungepiekste seien eine Gefahr für die Gesellschaften, dürften daher nicht die gleichen Freiheiten wie gepiekste bekommen. Allwunderheilmittelprämien hält Heinz für absurd. Eine Allwunderheilmittelpflicht lehnt er als Bevormundung aber ab. Freiheiten nur Gepieksten zu geben, sei keine versteckte Allwunderheilmittelpflicht, sondern eine zwangsläufige Schlussfolgerung aus einer pandemischen Lage. Ja, so kann man natürlich sowas auch begründen, solche Aussagen. Es ist wirklich krass, es wird jetzt offen gedroht, es wird offen gesagt. Wenn ihr das und das nicht macht, dann könnt ihr einfach nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Und er spricht ja wieder so, als wäre das Allwunderheilmittel wirklich ein Allwunderheilmittel und würde wirklich gegen alle Varianten schützen. Aber wir wissen ja, wie es in Realität aussieht. Und deswegen sehe ich sowas eigentlich relativ entspannt, weil ich gar nicht glaube, dass es soweit kommen wird. Ich meine, es wird schon die dritte Allwunderheilmittelrunde geplant. Man liest ja auch hier, dass auch für die Einfachgepieksen das Ganze nicht gilt. Also ihr seht, dass viele, viele Menschen nach dem ersten Allwunderheilmittelschuss irgendwie so ein bisschen skeptisch geworden sind und dann nicht mehr zur zweiten erschienen sind. Und deswegen muss man das auch nochmal hier reinpacken. Ich kriege auch immer wieder bei Facebook Werbung von unseren Obersten, wie wichtig es ist, sich zweifach pieksen zu lassen. Also ihr seht, die Bereitschaft lässt einfach unglaublich nach. Und deswegen muss man die Züge nochmal richtig schön stramm anziehen. Und das werdet ihr auch im Verlauf meines Videos sehen, da kommen noch mehr solch Aussagen, die diese Woche getroffen wurden. Aber es ist doch Wahnsinn. Also es wird jetzt wirklich öffentlich gesagt, es gibt wohl keine Allwunderheilmittelflicht. Aber die, die sich nicht pieksen lassen, können einfach nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Sehr spannend auf jeden Fall, muss ich einfach mal sagen. Ja, dann haben wir hier den nächsten Artikel vom Spiegel und zwar vom 9.7. Malta schließt Grenzen für ungepiekste Reisende. Ab kommender Woche dürfen nur noch vollständig Gepiekste nach Malta reisen. Negative Corona-Tests reichen da nicht mehr aus. Man hat ja auch gerade von dem Herrn Heinz davor gehört, dass das Freitesten gar nichts bringt, dass man sich ja vor Ort infizieren kann. Also auch interessant, was wir eigentlich quasi die ganze Zeit gemacht haben. Bringt also gar nichts. Aber ist ja egal, Hauptsache man hat es den Menschen vorgegaukelt, man hat es jetzt so lange gemacht, aber jetzt reicht es ja nicht mehr aus, weil eben die Bereitschaft zurückgeht. Und deswegen muss man die Menschen richtig schön zu dem Allwunderheilmittel treiben. Es ist das erste EU-Land, das diesen Schritt geht. Malta das Gesundheitsminister Chris Ferne. Schließt seine Insel für ungepiekste Wissen. Das erste EU-Land, das diesen Schritt geht. Aber wir müssen unsere Gesellschaft schützen, sagte er bei einer Pressekonferenz. Ab dem 14. Juli werden wegen steigender Infektionszahlen bei der Einreise das Allwunderheilmittelzertifikat verlangt. Ja, bis jetzt war es mit dem PCR-Test. Blibla blub. Und jetzt haben sie es einfach angepasst. Ja, warum nicht? Es sind einfach Länder, die es anscheinend auch nicht nötig haben, die hauptsächlich auch die älteren Menschen lieber empfangen, weil wir wissen ja, dass das eben der Hauptteil ist, der sich pieksen lassen hat jetzt in der Zeit. Und deswegen gehen halt jetzt die älteren Menschen dort Urlaub machen. Und halt ein paar von den anderen, die sich auch gepikst haben. Natürlich, aber es ist wirklich gerade noch der Hauptteil, der das Ganze ausmacht. Die Alten sind einfach hauptsächlich gepikst. Vor allem halt die im Altenheim, die sowieso nicht mehr in den Urlaub können. Also ich bin wirklich gespannt, wo das Ganze noch hinführt und wie viele Menschen natürlich auch noch einknicken. Mit solchen Drohungen jetzt und sich natürlich wieder denken, oh nein, was passiert hier? Ich muss jetzt doch nicht pieksen lassen. Also wir müssen erst mal das Ganze abwarten, aber es ist wirklich, wirklich spannend. Ja, dann hatten wir auch hier von unserem Ministerpräsident aus Bayern einen Artikel bei der Bild. Und zwar, ohne pieksen keine Freiheit. Deutscher Ethikrat fordert Alwunderheimmittelflicht für Lehrer. Pieksen, 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 pieksen. Bayerns Ministerpräsident will das Alwunderheimmittelfentempo erhöhen und er hat einen Plan. Also das wird er ja schon die ganze Zeit erhöhen, der ist ja total erpicht darauf. Wir sind im Wettlauf mit der Zeit, mit der Delta-Variante, sagt er beim Besuch des Münchner Alwunderheimmittelfentrums. Ich glaube, das Angebot muss noch näher an die Menschen kommen. Am Dienstag will er in einer Kabinettssitzung ein entsprechendes Konzept vorlegen. Erhalten beispielsweise Pieksen to go und Alwunderheimmittelverabreichungen an ungewöhnlichen Orten. Er versprach insbesondere mehr Freiheiten für vollständig Gepiekste. Vollständige, unbeschwerte Freiheit gibt es nur mit Pieksen. Ohne Pieksen keine Freiheit. Jedenfalls nicht so in der Form, wie wir es uns vorstellen. Unter anderem sollten Quarantäneregeln für den Urlaub für zweifach Gepiekste nicht mehr gelten. Der Ministerpräsident aus Bayern stellte aber auch eine Verbindung zwischen mehr Alwunderheimmittelfentrums, gerade unter jungen Erwachsenen und weiteren Öffnungsschritten her. Je mehr junge Leute gepiekst sind, und zwar zweifach, desto leichter können wir zum Beispiel auch bestimmte Angebote wie Clubs oder Diskotheken wieder in Erwägung ziehen, argumentiert er. Finanzielle Anreize für Alwunderheimmittel lehnte er dagegen als nicht angemessen ab. Er bekräftigt auf der anderen Seite allerdings auch eine formale Corona-Alwunderheimmittelflicht. Wolle man weiter auf keinen Fall. Ethikrat fordert Alwunderheimmittelflicht für Lehrer. Und ihr habt ja bestimmt mitbekommen, in Frankreich wurde ja jetzt auch eine Alwunderheimmittelflicht für das Pflegepersonal eingeführt. Man hat auch gesehen, die Demonstrationen werden größer, werden lauter, aber davon bekommen wir hier in Deutschland, die nicht über den Tellerrand hinausschauen, nichts mit. Wie kann verhindert werden, dass Schulen wegen Corona erneut geschlossen werden müssen und Kinder auch im Herbst die Hauptleidragenden der Pandemie sind? Ein Mitglied des Deutschen Ethicsrat hat da eine klare Vorstellung. Wir brauchen eine Alwunderheimmittelflicht für das Personal in Kitas und Schulen, sagt der Humangeniker Wolfram Henn. Und weiter, wer sich aus freier Berufswahl in einer Gruppe vulnerabler Personen hineingibt, trägt eben besondere berufsbezogene Verantwortung. Aber da frage ich mich Lehrer und Erzieher, vulnerable Gruppen, also wir wissen ja, dass die Kinder so gut wie gar nicht von dieser Pandemie betroffen sind und auch nicht waren, auch keine Pandemietreiber sind und auch nicht waren. Also von dem her weiß ich nicht, was er da sagt. Genau, jetzt kommt's. Zwar hätten Kinder selbst ein geringes Risiko, schweren Covid zu erkranken, aber man müsste weiter damit rechnen, dass sie das Virus in ihre Familie tragen und Menschen aus Risikogruppen infizieren. Also ihr hört's wieder, wir machen es für die anderen. Also wir lassen uns nicht piksen für uns, sondern wir machen es für die anderen, weil durch die Kinder wird es übertragen um die anderen Familienmitglieder. Ja, es ist immer wieder spannend, dass man sich wirklich nicht mehr für sich selber piksen lässt, sondern für die anderen. Ja, dann hat er noch gesagt, so könnten etwa Krebspatienten wegen akuter Therapie noch nicht gepikst werden, diese Risikogruppen, müsste man durch eine Allwunderheilmittelpflicht bestimmter Berufsgruppen schützen. Jo, da bin ich auch mal gespannt, wie viele Leute dann noch wirklich übrig bleiben zum Schluss. Hoffentlich haben wir dann noch genug Pflegekräfte, Lehrer, Erzieher, die das Ganze auch weiterhin stützen werden. Ich weiß es auf jeden Fall nicht, aber es ist doch schon wirklich der absolute Wahnsinn. Ja, dann hat unsere Oberste diese Woche ja mal wieder ein Interview gehabt oder eine Konferenz, wo sie einfach mal zum Fuß voll gesprochen hat. Es wurden Fragen gestellt von Journalisten und es wurde natürlich auch über die Allwunderheilmittelflicht gesprochen. Und da meinte sie, im Augenblick wollen wir keine Allwunderheilmittelflicht. Also im Augenblick, ich würde sagen, wir müssen jetzt erstmal gucken, wann der Augenblick vorbei ist. Ich meine, ein Augenblick kann schnell vorbei sein, ein Augenblick kann lange gehen. Aber ich bin schon wieder gespannt, wann die nächste Verschwörungstheorie wahr wird. Bitte erinnert euch an letztes Jahr die ersten Demonstrationen, die in Stuttgart von Querdenken 711 stattgefunden haben. Da waren schon die ersten Leute mit Plakate, wir wollen keine Allwunderheilmittelflicht oder nein zur Allwunderheilmittelflicht. Und wie wurden diese Menschen dafür belächelt, dass sie solche Schilder hatten? Sie wurden als absurd in den Mainstream-Medien hingestellt. Wie kommen die drauf? Was soll das? Und jetzt ein Jahr und ein paar Monate später sitzen wir in genau dieser Situation, dass überall die Allwunderheilmittelflicht in aller Munde ist. Und jeder mittlerweile offen darüber spricht, dass es eventuell dazu kommen kann. Im Augenblick nicht. Aber es kann dazu kommen. Und vor allem für bestimmte Berufsgruppen. Ja, Wahnsinn. Wirklich absolut der Wahnsinn, wo wir mittlerweile gelandet sind. Und dann haben wir auch schon den nächsten Artikel vom GER. Und zwar vom 14.07. Volle Grundrechte für Gepiekste und Genesene im Südwesten ab September. Da komm ja ich her. Baden-Württemberg plant die Abschaffung der Corona-Einschränkungen für Genesene und Gepiekste. Für die anderen steht künftig verstärktes Testen an, um am öffentlichen Leben teilnehmen zu können. Auch das hatten wir letztes Jahr schon, wenn ich meine alten Videos angucke, ich könnte meinen, das ist jetzt. Menschen mit vollem Allwunderheilmittelschutz gegen das Coronavirus und Genesene sollen nach Plänen des Gesundheitsministeriums in Baden-Württemberg von Anfang September an alle Rechte zurückbekommen. Für sie entfallen dann die Corona-Einschränkungen, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Mittwoch sagte. Zuvor hatten Stuttgarter Zeitung und Stuttgart Nachrichten sowie Heilbronner Stimme und der Südkorea darüber berichtet. Testpflicht für Ungepiekste. Der Amtschef des Ministeriums, Uwe Lahl, sagte den Zeitungen, für nicht vollständige Gepiekste oder Ungepiekste solle es dann eine Testpflicht geben bei Besuchen von Restaurants, Bars, Clubs, Kultur- und Sportveranstaltungen. Wie gut, dass mich sowas gar nicht interessiert. Über den Sommer solle die Corona-Verordnung des Landes noch zweimal überarbeitet werden, ehe Anfang September die neue Regelung in Kraft treten könne. Unklar sei noch, ob die Pflichttests für nicht Gepiekste oder nicht vollständig Gepiekste. Ich finde es gut, wir haben für alle Leute den Begriff, Wahnsinn. Ab einer Inzidenz von 10 oder 35 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gelten. Unklarheiten bei der Maskenpflicht. Für Menschen, die wegen ihrer Gesundheitszustand nicht gepikst werden können, könnte die Testpflicht entfallen, wenn sie einen Attest eines Arztes vorlegen können. Es müsste auch noch entschieden werden, wie mit der Maskenpflicht für vollständig Gepiekste umgegangen wird. Lahl sagt weiter, das Land wolle weiterhin aufklären und versuchen, alle allwunderheimmittelfähigen Menschen davon zu überzeugen, dass sie sich gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Aktuell gehe die allwunderheimmittelbereitschaft zurück, obwohl es genügend allwunderheimmittel gäbe. Wir wollen die Vorteile ins Schaufenster stellen, die das Pieksen hat. Yes. Ich habe ja letzte Woche noch gesagt, bis jetzt haben ja die keine Vorteile. Es wurde jetzt natürlich wieder ein bisschen geändert. Ab September haben dann die Vorteile, weil die müssen sich ja nicht mehr testen lassen. Ja, und dann kommt noch, müssen Corona-Tests selber bezahlt werden. Da wird natürlich jetzt mal gesagt, dass es auch sehr teuer ist, die Tests. Und dass man dadurch natürlich die Kosten für die Tests nicht für immer übernehmen kann. Und dann sagt auch noch der Amtschef der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten, das Leben für nicht gepiekste Erwachsene werde schon bald schwer werden. Diese Menschen würden in den kommenden Wochen viele Testungen benötigen, um am öffentlichen Leben teilnehmen zu können. Ja, es wird hier einfach mit unseren Grundrechten verhandelt. Entweder ihr lasst euch piksen oder ihr lasst euch einfach nicht piksen. Ihr müsst dann halt zahlen für die Tests, wenn ihr eben am öffentlichen Leben teilnehmen wollt. Ich bin froh, weil ich habe eigentlich, seit das Ganze hier angefangen hat, nicht mehr am öffentlichen Leben teilgenommen. Also ich war in keinem Restaurant, ich war auf keiner Veranstaltung, einfach nirgendwo. Und ich habe überlebt. Also von dem her, sowas juckt mich einfach gar nicht. Und deswegen, ja, sollen sie es machen. Ich sage ja immer, wie lange wird es sein? Ich glaube auf jeden Fall nicht lange, weil ja immer wieder neue Varianten kommen. Und das Alwunderheim mit Lern wieder nicht auslagt. Also von dem her, lassen wir uns mal überraschen. Und machen wir uns nicht jetzt schon im Kopf drüber oder uns total fertig. Das wird schon. Ja, dann hat unser Ministerpräsident aus Bayern getwittert. Piksen ist der Weg zur Freiheit. Mit den neuen Angeboten erreichen wir die Bürger und Bürgerinnen in ihrem unmittelbaren Leben. Und hier ein Plakat. Alwunderheim Mittel Turbo Bayern. Wer kommt, bekommt. Cool. Piksen für die Freiheit, würde ich da mal wieder sagen. Ah, Wahnsinn, wirklich. Dann haben wir hier auch von der Bild so eine Gegenüberstellung. Hammer-Studie zu Moderna und BioNTech. Jahrelanger Schutz nach Alwunderheim Mittelverabreichung. Und dann ein bisschen später. BioNTech gibt bekannt, dritte Dosis doch schon früher nötig. Warum nicht? Das sehen wir doch schon wieder, was hier eigentlich abgeht. Ja, dann möchte unser Showmaster Gesundheitsminister werden. Irgendwann hatten wir das, oder hatte ich das schon mal, habe ich das nicht schon mal erwähnt? Ja, warum nicht? Passt ja. Der ist ja eh so beliebt, wie er sich selber bezeichnet. Von dem her, yes, warum nicht? Sollen wir es mal probieren. Das ist schon der Wahnsinn hier. Kann wirklich jeder jedes Amt übernehmen, ohne die wirkliche Kompetenz dafür zu haben. Immer wieder interessant. Ja, auch hier Reitschus darüber berichtet, gerade von diesem Landeskassenarztchef, der gesagt hat, dass die Ungepieksten eine Gefahr sind für die Gesellschaft. Werden wir dann sehen, ob wir wirklich die Gefahr sind. Griechenland hat jetzt quasi auch die Alwunderheim Mittelpflicht eingeführt. Und man kommt nur noch in die Innengastro mit Alwunderheim Mittel Intus. Ja, dann haben wir ja immer wieder die Lambda-Variante, die immer wieder gehört wird. Also nach Delta kommt schon Lambda. Also ich sage ja, das griechische Alphabet ist noch lang. Ich bin auch gespannt, wie weit wir kommen. Ob wir das ganze Alphabet durchmachen. Wann wir das dann geschafft haben. Ob wir vielleicht schon Ende des Jahres das Alphabet durchhaben. Was dann von Alphabet kommt. Ja, es bleibt einfach spannend. Ja, dann haben wir noch hier einen Artikel von Reitschuster. Die Alwunderheim Mittelbereitschaft der Bundesbürger lässt stark zu wünschen übrig. Grund genug für die Verfechter der Alwunderheim an die Kampagne neue Anreize zu fordern. Beispielsweise TV-Spots vor der Tagesschau. Experten halten Quote von 85% dennoch für unrealistisch. Den Artikel kann ich euch gerne unter meinem Video packen. Wir wissen ja, dass die da oben immer wieder neue Ziele verfolgen. Gesundheitssystemüberlastung vermeiden. Intensivbetten volllaufen lassen vermeiden. Verschiedene Inzidenzen, die wir immer wieder erreicht haben, aber dann auch wieder langweilig wurden. Jetzt natürlich ganz wichtig, die Alwunderheim Mittelquoten. Dann natürlich auch die Kinder zu piksen. Also immer wieder neue Ziele, um das Ganze einfach weiterhin spannend zu halten. Dann hat der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, eine Aussage getroffen, wie wir werden in bestimmten Situationen immer Maske tragen müssen, Hände waschen müssen, Abstand halten und regelmäßig nachpiksen müssen. Und die Lockerungsübungen in Großbritannien kritisiert er mit deutlichen Worten. Das ist ein Artikel von der Welt. Ja, wenn er das sagt, für immer mit Lappen im Gesicht, für immer mit Abstand, für immer mit Händewaschen. Wie gesagt, meine Hände habe ich auch schon davor gewaschen, also daran liegt es nicht. Aber der Lappen, ja der Lappen, der ist halt so, so, so toll, dass es nicht mehr Studien dazu gibt, dass der so toll ist, weil der so toll ist, der Lappen. Dann haben wir hier einen Artikel von der Bild, wieder eine Verschwörungstheorie, die wahr wird. Alltours oder Alltours, knallhart, ab Ende Oktober und nur noch gepikste in Hotels. Yes! Dann mal viel, 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 viel Spaß. Und ich hoffe natürlich, dass noch genug Leute kommen. Und dann immer wieder der Satz in meinem Kopf, niemand hat die Absicht, eine Allwunderheilmittelpflicht einzuführen. Den kennen wir auch in anderer Weise schon von ein bisschen früher. Und jetzt haben wir es halt in moderner Version. Dann habe ich hier einen Artikel von der Welt. Ja, bin ich auch mal gespannt. Es kamen ja immer wieder solche wundervollen Lockerungen zum Vorschein, die total cool angekündigt wurden und dann doch nichts draus geworden ist. Also von dem her, ich glaube das nicht zu 100%. Dann haben wir hier noch einen Artikel von Focus Online. Härtere Einreiseregeln in ganz Europa. Wo Reisende jetzt welche Dokumente brauchen? Der Artikel ist vom 14.07. Die Ferienplanung geht in diesem Jahr teils mit bangem Blick auf die Inzidenzzahlen einher. Trotz Sorgen vor der Delta-Variante ist für Urlaubshungrige viel möglich. Besonders Eltern sollen Einreiseregeln für ihre Kinder kennen. In mehreren Bundesländern haben bereits die Schulferien begonnen. Trotz der großen Sorge vor der Delta-Variante ist die Situation vielerorts noch entspannt. Einige Länder reagieren mit Vorortregelungen wie etwa einer Maskenpflicht im Freien oder Beschränkungen im Nachtleben oder in der Gastronomie. Also schön verkraulen die Menschen, dass die ja nicht kommen. Das sieht man mal, wie sich das Blatt gewendet hat. Früher haben sie immer angepriesen, kommt sonst in den Urlaub und jetzt wollen sie es allen richtig schön vermiesen. Experten waren trotz der entspannten Lage, wer eine Reise gebucht hat, sollte die Inzidenzentwicklung beobachten und die Auflagen kennen, die im Urlaubsland gelten. Obwohl die EU einheitliche Regel innerhalb der Union gefordert hat, regeln die einzelnen Mitgliedstaaten ein- und Ausreise für ungepikste, genesene und vollständig gepikste Touristen nach unterschiedlichem Schema. Obwohl die Lage entspannt ist und wir ja wissen, wie es um die Inzidenzen steht, muss man natürlich weiterhin ganz, ganz dolle drauf achten. Dann immer noch der absolute Trend und zwar die Kreuzallwunderheilmittelverabreichung. Und ihr wisst ja, die WHO warnt und unser Gesundheitsminister empfiehlt. Die sind sich immer wieder richtig dolle einig. Die WHO spricht derzeit keine Empfehlung für Kreuzallwunderheilmittelverabreichung gegen das Coronavirus aus. Bund und Länder unterstützen weiterhin die Empfehlung der STIKO, nach einer ersten Allwunderheilmittelverabreichung mit dem Vektorallwunderheilmittel von AstraZeneca, bei der zweiten Allwunderheilmittelverabreichung die mRNA-Allwunderheilmittelstoffe von BioNTech, Pfizer oder Moderna einzusetzen. Ja, wundervoll. Ist doch toll. Dann haben wir hier noch einen Artikel von BR24 vom 14.07. Darum ist die Lambda-Variante kein Konz zur Aufregung. Schon seit einigen Monaten kursiert in Lateinamerika die Lambda-Variante, das Coronavirus. Nun ist sie auch in Europa angekommen. Bisher spricht aber nichts dafür, dass die Lambda-Variante hier Einfluss auf den Verlauf der Pandemie haben könnte. Bli bla blub. Sind wir mal gespannt, wie lange das so bleibt. Wie lange man noch sagt, die ist nicht so wild. Bis dann wieder die Delta-Variante langweilig geworden ist. Kennen wir auch schon von Alpha und Beta, glaube ich, so hießen die. Ja, und deswegen warten wir es einfach mal ab. Dann haben wir hier noch einen Artikel von Epoch Times mit der Überschrift Österreichs Kanzler Kurz. Pandemie wird jetzt zum individuellen medizinischen Problem. Ist dies ein Wendepunkt in der Koronipolitik? Der Österreicher laut Bundeskanzler Sebastian Kurz ist nun Eigenverantwortung gefragt statt staatliche Kontrolle. Dennoch warnt er die Ungepieksten. Ihr werdet euch früher oder später anstecken. Dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz zur Folge stellt die Pandemie kein Risiko mehr für die Aufnahmefähigkeit der Krankenhäuser dar und könne nun dem individuellen Risiko- und Vernunftmanagement übergeben werden. Die Pandemie reduziere sich sozusagen zum Problem des Einzelnen und liege nicht mehr der Schutzmacht des Staates. Der Staat habe die letzten anderthalb Jahre massiv in das Leben jedes Einzelnen eingegriffen. Zu kurz, nun müsse er sich wieder auf seine Kernaufgaben zurückziehen. Die Krise redimensioniert sich. Sie wandelt sich von einer akuten gesamtgesellschaftlichen Herausforderung zu einem individuellen medizinischen Problem, sagt der Regierungschef mehrere Regionalmedien wie der Kleinzeitung. Dieses medizinische Problem betreffe jeden, der aus freiem Wille nicht gepikst sei. Den Ungepieksten müsse dabei klargemacht werden, dass sie sich früh oder später anstecken würden und erkranken können. So kurz. Wir sind eine liberale Demokratie. Es gibt das Recht, rechtskonform und vernünftig zu handeln. Man kann am Tag zehn Schnitzel essen oder mit 140 Kilo die Felswand hinaufklettern, ohne dass der Staat unten steht und das Seil sichert, stellt der Politiker klar. Seit Juli sind in Österreich die Abstandsregeln aufgehoben. Auch die Nachtgastronomie sperrte wieder auf. Ja, ich bin mal gespannt, ob es bei dem Wandel bleibt oder ob da wieder was Neues kommt, ob der wieder das zurücknimmt, das er jetzt gesagt hat. Aber ich sage ja, Eigenverantwortung wäre eigentlich so der beste Weg und ich bin gespannt, wie es eben in Österreich weitergeht. Ich beobachte das Ganze. Ja, nur leider haben wir hier in Deutschland keine Eigenverantwortung mehr. Wir müssen gesteuert werden. Uns muss gesagt werden, was zu tun ist. Weil sonst hat unser Leben leider keinen Sinn mehr. Dann habe ich noch einen Artikel von RTL.de und zwar vom 14. Juli. Die US-Behörden sehen Zusammenhang nach Fällen von Nervenkrankheit neuer Warnhinweis für Johnson & Johnson Allwunder Heilmittel. Oh nein. Das ist jetzt so ein Wort, was ich einfach nicht aussprechen kann. Julien-Barré-Syndrom als Folge von Corona Allwunder Heilmittel. Die US-Arzneimittelbehörde FDR warnt vor einem erhöhten Risiko durch eine Allwunder Heilmittelverabreichung mit Johnson & Johnson an der seltenen Nervenkrankheit Julien-Barré-Syndrom zu erkranken. Das Allwunder Heilmittel bekommt deswegen jetzt einen neuen Warnhinweis in den USA. Über 100 Fälle der Nervenkrankheit bei rund 12,5 Millionen verabreichten Allwunder Heilmittlosen des Johnson & Johnson Allwunder Heilmittels soll es Berichte über 100 Fälle geben, bei denen die Krankheit mit Lähmungserscheinungen aufgetreten sein soll. Ein Mensch starb. Dann steht noch Warnhinweis, weiter Rückschlag für Johnson & Johnson. Immer wieder was Neues. Und das Komische ist ja auch, dass bei uns die ganze Zeit AstraZeneca schlecht gemacht wurde. Dann hat man jetzt nichts mehr gehört. Und jetzt darf man quasi AstraZeneca oder soll man AstraZeneca nicht mehr als zweifach Allwunder Heilmittelverabreichung nehmen, sondern einmal AstraZeneca und als zweites dann Biontech oder Moderna. Also es ist wirklich komisch. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass AstraZeneca kein mRNA Allwunder Heilmittel ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es denen einfach wichtig, dass jeder Mensch hier ein mRNA Allwunder Heilmittel intusert hat. Keine Ahnung. Wieder mal so Fragen über Fragen, die ich mir einfach immer wieder stelle. Aber ihr seht, die Allwunder Heilmittelflicht ist wirklich in aller Munde. Und das ein oder andere Land setzt jetzt um, zumindest mal für gewisse Berufsgruppen oder wenn man einfach am gesellschaftlichen Leben teilnehmen möchte. Ich sag ja, das gesellschaftliche Leben in dem Sinne, was die uns quasi verbieten als Ungepiekste, das kann ich hinnehmen. Ist halt dann so, was das Thema Allwunder Heilmittelflicht in gewissen Berufsgruppen angeht. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, also ich bin ja Erzieherin, ich bin ungepiekst. Und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass die eine Allwunder Heilmittelflicht einführen können mit einem Allwunder Heilmittel, das nur eine Notzulassung hat. Und die eigentliche Zulassung ja erst irgendwann nächstes Ende, nächstes Jahr, Ende 2022 abläuft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein notzugelassenes Allwunder Heilmittel zur Allwunder Heilmittelflicht werden kann. Das ist noch das, was ich mir so ein bisschen frage, ob das wirklich rechtens ist. Ob die das wirklich machen können, dass die Leute dazu zwingen können, obwohl das Ding noch nicht mal eine richtige, krasse, heftige Zulassung hat. Wie ich letzte Woche gesagt habe, alle, die sich jetzt pieksen lassen, sind die dritte klinische Phase, die ist noch nicht abgeschlossen. Die wird mit allen Menschen gemacht, die sich jetzt dazu bereit erklären. Und das als Pflicht zu machen, wie es jetzt in Frankreich passiert, das ist wirklich was, dass ich mich frage, wie kann sowas sein? Wie können die jemanden dazu zwingen, ein nicht zugelassenes oder ein nur vorläufig zugelassenes Allwunder Heilmittel zur Pflicht zu machen? Und da bin ich mir noch nicht sicher, ob das wirklich alles so sein kann, wie die das da oben sagen. Es gibt ja auch viele Menschen, die sich nicht informieren und denen das dann egal ist. Irgendwie kann ich mir noch nicht vorstellen, dass es dazu kommt. Muss ich euch ehrlich sagen. Deswegen bin ich eigentlich noch ganz entspannt, was das angeht. Ich warte einfach noch ab. Natürlich drohen die uns, natürlich warnen die uns. Man hat ja auch gehört, man möchte die Vorteile in Schaufenster stellen. Und das macht man halt, indem man eben das Allwunder Heilmittel jetzt als das Allwunder Heilmittel verkauft und zeigt, welche Vorteile die Gepiksten haben. Weil wie gesagt, die Allwunder Heilmittelbereitschaft geht zurück. Ihr seht, es gibt viele Erstgepikste, die gar nicht mehr zur zweiten Allwunder Heilmittelverabreichung erschienen sind. Und da muss man sich einfach neue Dinge überlegen, um die Leute in gewissem Maße dahin zu treiben. Und dann macht man es einfach so, indem man halt den Menschen was verspricht und die anderen ausschließt. Und dann natürlich noch dazu, die Tests werden kostenpflichtig. Das habe ich euch ja auch schon gesagt, wie lange wird überhaupt noch der Staat dafür aufkommen, für die Tests. Und ihr hört ja, sich freitesten lassen bringt gar nichts, weil man kann sie dann vor Ort infizieren. Also alles wieder so Widersprüche, wo sie dann wieder so zusammenfinden. Also wirklich interessant. Ich hätte echt gedacht, dass mehr sich pieksen lassen, muss ich ehrlich sagen. Dass jetzt die Leute so skeptisch werden, finde ich eigentlich so an sich gar nicht mehr so schlecht. Ich sage ja immer, Skepsis muss sein. Ich höre auch immer wieder auch gerade das mit der Schweinegrippe, mit den Narkolepsiefällen, die ja auch von dem Allwunder Heilmittel damals kamen. Das wissen ganz viele gar nicht, dass es das gibt, dass da irgendwas war. Und es ist wirklich erschreckend, weil wir leben nun mal in einem Zeitalter, wo jeder Mensch für sich selber recherchieren kann. Was geht hier ab? Was passiert hinter den Kulissen? Wenn man googelt, man findet so viel. Man kann sich alle Zahlen zusammensuchen vom Statistischen Bundesamt. Das sind alles offizielle Zahlen. Auch wieder ein super Video diese Woche von Samuel Egger. Das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Wo auch noch mal die Zahlen genannt werden, die Todeszahlen, an was die Menschen gestorben sind. Also wirklich sehr, sehr interessant. Schaut es euch mal an. Geht mal bei Samuel Egger auf den Kanal. Und ich sage ja, wir leben in einem Zeitalter, wo wir die Möglichkeit haben. Wo wir nicht nur irgendwie von der Zeitung berieselt werden, sondern wir können wirklich selber recherchieren. Aber die Leute sind so faul geworden. Ich verstehe einfach nicht, warum. Ich sage ja immer, das ist eine Pandemie der Faulen und der Gemütlichen. Und ich lasse es machen, egal was. Sonst googelt man ja auch jeden Pups. Manche googeln jede Krankheit, jedes Symptom, das sie haben. Aber da sind sie sich irgendwie zu schade drum oder zu faul für. Oder ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum die Leute nicht einfach mal recherchieren oder auch mal schauen, wie es in den anderen Ländern aussieht. Zum Beispiel, wenn wir nach Amerika gucken. Da gibt es so viele Bundesstaaten, die mittlerweile diese ganzen Maßnahmen aufgehoben haben. Texas zum Beispiel. Das ist so ein Paradebeispiel. Da sind die Zahlen so krass in den Keller gegangen, nachdem sie die ganzen Maßnahmen aufgehoben haben. Unter anderem auch die Maskenpflicht. Genauso wie Schweden. Auch wenn Schweden immer so hingestellt wird, als wäre das Land ausgestorben, ist es einfach nicht. Man muss einfach recherchieren. Das Internet ist so groß. Da findet man einfach alles. Und warum macht man das einfach nicht, sich zu eigen und sagt, okay, ich recherchiere jetzt mal. Was ist da eigentlich? Oder was war da schon mal? Auch das jetzt mit dem Ausschließen. Gerade das mit der Zweiklassengesellschaft. Das ist alles das, von dem wir vor einem Jahr schon gewarnt haben, dass das dazu kommt, wegen dem wir auf die Straße gegangen sind. Schon so viel früher, als es noch gar nicht so richtig seinen Lauf genommen hat. Und auch das mit der Allwunderheim-Empflicht und wie wir belächelt wurden und gesagt wurde, hey, was seid ihr für Spinner? Was habt ihr für ein Problem? So weit wird es nie kommen. Wenn wir uns alle an die Maßnahmen halten, dann ist das alles wieder ruckzuck vorbei. Und ihr seht, es ist nicht vorbei. Und es kommt immer wieder was Neues und die Varianten und es mutiert und es macht und tut. Und immer wieder kommen neue Dinge auf uns zu. Und all das, was wir uns vor einem Jahr gesagt haben, genau das trifft ein nach und nach. Deswegen, ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Ich bin wirklich gespannt, was noch alles passieren muss. Und ich bin gespannt, ob wir dann irgendwann wirklich die Allwunderheim-Mittelquote von 85 bis 90 Prozent erreichen werden. Ich sage immer, ich würde mir am liebsten ein T-Shirt drucken, wo drauf steht, nicht getestet, nicht gepikst, nicht genesen, aber gesund. Weil das Wort gesund, das ist mittlerweile einfach aus diesem Sprachgebrauch gelöscht worden. Es gibt nicht mehr gesund. Es gibt genesen, es gibt getestet, es gibt gepikst, aber gesund nicht. Und gesund ist doch das Wichtigste. Alle wünschen sich Gesundheit. Und ich bin gesund und das ist doch die Hauptsache. Da muss ich nicht getestet, gepikst oder genesen sein. Nein, ich bin einfach nur gesund. Und das ist für mich die absolute Hauptsache. Und mir geht es gut und alle um mich herum sind gesund und das macht mich glücklich. Dafür brauche ich nicht irgendwas, was die mir da oben sagen, weil ich weiß, dass ich gesund bin. Und ich weiß auch, was es für schlimme Krankheiten gibt. Und darum bin ich unglaublich dankbar, dass ich gesund bin und es mir so gut geht. Das war das Wort zum Sonntag. Und damit wären wir am Ende meines Videos angelangt. Denkt immer dran, Liebe verbindet und schafft Zusammenhalt. Ganz wichtig, schreibt euch in euer Kalender. 1. August 2021. Wir sehen uns alle in Berlin. Ich freue mich schon unglaublich drauf. Auf diesen wundervollen Tag. Ich habe den letzten genossen. Ich habe Bilder angeguckt, ich habe Videos angeguckt. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper und deswegen freue ich mich unglaublich auf den 1. August 2021 in Berlin. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat mein Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch gerne was unten in die Kommentare. Und vergesst auch unbedingt das Abonnieren nicht. Schaut gerne bei meinem Telegram-Kanal vorbei. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag um 12 Uhr wieder. Bis dahin, sage ich Tschüss. Mua! Vielen Dank.